Ponchos sind ja diesen Herbst richtig im Trend und ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Alternative zu einer Jacke oder so, wenn es mal doch ein bisschen kühler wird. Ja, was ist denn ein Poncho eigentlich? Die meisten werden sagen, es sieht doch aus wie eine Decke. Stimmt, es sieht wirklich aus wie eine Decke. Das ist eigentlich so eine Rechteckform. So, und dann ist hier in der Mitte halt so ein Schlitz reingearbeitet. Meiner hat so ein Stitching, ein buntes und es kariert. Und jetzt können wir eigentlich mal anfangen mit den Varianten, wie man sie trägt. Also ich hatte es ja gerade eben schon so nur so umgeworfen. Kann man machen. Hält auch warm. Ansonsten schnappt ihr euch dieses eine Ende und legt das hier über die andere Schulter, zieht das andere ein bisschen länger und einfach über die andere Schulter geschmissen. Kann man das so eigentlich ganz gut tragen. Zweite Variante zeige ich euch, wie ihr das Poncho als Cape tragen könnt. Dann nehmt ihr euch das eine Ende wieder und tut das über die Schulter, zieht das andere Ende ein bisschen länger, weil das brauchen wir jetzt fürs Cape. Das wickelt ihr einmal hinten rum und legt euch das über den Korb. So, wer möchte, kann das jetzt hier so lassen oder auch hier wegstecken. Auch die Variante finde ich eigentlich ganz cool, hat was Märchenhaftes. Rotkäppchen war es, genau. Wenn mein Cape jetzt, glaube ich, rot wäre, würde ich aussehen wie Rotkäppchen. So, das war Nummer zwei. Poncho Nummer drei. Und zwar brauchen wir hierzu jetzt einen Gürtel. Am besten Teilgürtel und am besten auch elastisch. Den legt ihr euch jetzt einmal hinten rum und schließt den einmal vorne. Ihr müsst den natürlich noch ein bisschen zurechtzupfen, damit das auch ordentlicher aussieht. Die ganzen Enden schön glatt. Das Ganze könnt ihr geschlossen tragen. So. Oder auch natürlich offen. So. Variante Nummer drei. Ich finde das eigentlich ganz gut und hoffe, euch gefällt es auch. So, meine Lieben, das waren drei Poncho-Varianten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr könnt mir in den Kommentaren auf jeden Fall da lassen, ob ihr ein Poncho schon habt, ob ihr euch dieses Jahr noch einen holen wollt und welche Variante euch am besten gefallen hat. Eins, zwei oder drei. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Deswegen sage ich Nummer drei. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Bilder oder Bock drauf habt, euch inspirieren zu lassen, dann habe ich noch Instagram, Pinterest und Facebook sogar. Sogar. Jeder hat Facebook. Auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder da seid. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, Twitter habe ich auch und abonnieren könnt ihr da. Danke. Ciao.